Hallo liebe Leute und willkommen zu World of Warcraft. Heute zeige ich euch, wie man hier Allianzfreunde findet. Hier, beispielsweise da, werden wir schon angegriffen. Der, der liebt mich. Oh man, ich werd gehauen. Komm, fang nicht an, werd ich schon gehauen. Ja, ähm... Das Thema ist, heute hab ich ein kleines Zeitproblem. Nämlich, ich muss jetzt gleich noch rendern, hochladen und bla bla bla. Ja, und weil gestern kein Video kam, dachte ich mir, da lade ich heute auf alle Fälle was hoch. Und dann war ich den ganzen Tag heute weg und muss gleich wieder weg. Und darum hab ich so wenig Zeit und darum bin ich jetzt in World of Warcraft gelandet. Weil für Mount & Blade ich mir auf alle Fälle Zeit nehmen wollte. Und dann kann ich euch ein bisschen, dann dachte ich mir, da kann ich euch ein bisschen meinen schönen Gleichgewichts-Druiden hier zeigen. Hier, den guten alten Druidensaft, ja. Und hier meine tollen Haustiere, Froga. Komm, ich beschwör sie jetzt einfach nacheinander. Oh Gott. Erstmal lädt alles. Gut. Hier, da ist Froga. Hier ist... Wo ist er denn? Kröter? Da ist Kröter. Oh Gott, erstmal kann ich hier den ganzen Mist kurz ausblenden. Ja, da ist Kröter. Und wo ist mein anderes Tier? Hier, Bräuler. Das sind meine krassen drei Kampfhaustiere, ja. Das sind so die Gangster. Die sind hier weltweit bekannt. Auch im Allianzgebiet hier. So. Ich würde sagen, ich überlege gerade, ob ich hier einfach rein spazieren soll. Ich gehe jetzt einfach mal rein spazieren. Obwohl... Ich bleibe hier einfach mal auf Distanz und beobachte ein bisschen. So. Ich zeige euch jetzt mal hier, wie man Freunde findet. So. Dafür machen wir uns einfach mal kurz unsichtbar. Schauen, ob wir hier einfach... Ach ja, komm, da kommen wir. Wir gehen jetzt einfach hier rein. So. No risk, no fun, sag ich da. Hier. No risk, no fun. So. Hier ist es doch recht nett. Oder? Das ist doch hübsch hier. So, mal schauen. Was gibt's denn hier? Hier gibt's... Kerin... Sylv... Sylvius... Ein NPC. Wir wollen aber niemanden töten. Wir sind ja einfach nur hier, um ein bisschen zu chillen, würde ich. Wie die Jugend von heute hier sagt. So, ich würde sagen, dann... Legen wir uns einfach mal hin... Oh, ja. Geil. Erstmal alles richtig schreiben. So. Okay. Jetzt könnte ich eigentlich die Folge hier schon beenden. Ich meine, wir haben alles getan, was wir machen wollten. Nein, so einfach geben wir uns doch nicht geschlagen. So. Wir... Wir bewegen uns einfach mal ein bisschen hier durch die Gegend. Werden angegriffen. Hallo. Wochen greift wir uns an. Meine Güte. Ich will doch nicht. Ich will doch niemandem was antun. Ich will doch niemandem was antun. Das Spiel ist einfach gemeint zu mir. Vielleicht kann ich hier einfach... Ich liebe euch doch. Ich liebe ich auch. Dann winken wir einfach mal eben. Och, warum bin ich denn nicht? Winken. Ach, ich kann... Ach, ich kann nicht winken, während ich angegriffen werde. So, jetzt zeige ich euch mal meinen dicken Schaden hier. Yo. Ich mache nämlich den dicksten Schaden von allen. So, da haben wir... Oh nein, jetzt haben wir ihn verjagt. Nein! Vielleicht will die mir winken. Oh man, ich hasse diese blöden Wachen. Wie wollen sie... Wie wollen sie mich in Ruhe lassen? Hey. Hä? Oh, ich bin durch die Hauswand. Yo. Ich habe es geschafft. Ich bin erfolgreich in meinem Leben. Oh nee. Und jetzt gehen wir einfach durch die Mitte. Yo, no, 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 no. Ah! Ah! Hilfe! Hilfe! Oh Gott! Was tut die da an? Nein! Nein! Ah! So. Okay. Das war's mit WoW. Das war sehr, sehr schön. Hat mir super gut gefallen. Ich... Ich liebe dieses Spiel einfach. Es ist ein echt schönes Spiel, muss ich sagen. Also... Ja. Gefällt mir. Ich mag's auf alle Fälle. So. Gut. Ähm. Jetzt habe ich euch dieses coole WoW gezeigt. Dieses coole Spiel namens WoW, ja. Ich hoffe, ihr kanntet es noch nicht. Das ist ganz neu. Und überhaupt nicht alt. Nein, nein. Egal, ich rede jetzt einfach nicht mehr. Und hör auf. Bis dann. Also ab morgen kommt dann einfach WoW, Mount & Blade weiter. Weil... Oder ab übermorgen. Ich weiß es noch nicht. Eher ab morgen. Ja. Und ich rede zu viel. Tschüss, tschüss.